Ja, ja, draußen, Mann, ja. Mein Kopf, das fühlt sich alles so komisch an. Oh Gott, guck mal, wie du aussiehst. Okay, komm, wir machen ein Foto zusammen. Okay, ein Foto, ein Foto geht. Boah, ich schwöre, die beiden sind so süß, aber so süß, Mann. Ja, jetzt macht schon los. Ja, Mann. Oh, nee. Oh, nee, Alter, was war jetzt schon wieder? Das war Fernando. Oh, nein. Boah, ich habe ja noch ein Brötchen, das werde ich mir so reingönnen jetzt, Alter. Oh, nee. Oh, nee, Alter, der arme. Verdammt, hast fast geschafft. Dann musste sie weggehen, weil da irgendjemand geschrieben hat. Ja, Mensch. Also, ich weiß nicht. Ich wollte es halt unbedingt mal ausprobieren. Ich habe es jetzt nur mit unseren Schweinen geübt. Er hat mit den Schweinen geübt. Alles klar, Just. Nach langer Zeit nicht mehr so nice. Ihr braucht wirklich nicht so wütend zu sein. Ich bin nicht wütend, ich habe Angst zu dir. Lass, lass sie in den Rohr, Mann. Das kannst du nicht bringen, Zeus. Lass sie in den Rohr. Du hast doch auch gesagt, romantik ist wie, warum schreit ihr denn so? Achtung, Leute. Drexler betritt die Szene, wichtig. Was denn hier? Er hat mich hierher gelockt und gestalkt. Er hat sie die ganze Zeit. Oh, nein. Ihr versteht das total falsch. Der Strexler, sag doch mal was. Cheyenne. Lass Cheyenne in Ruhe. Ich schwöre es. Lass Cheyenne in Ruhe. Ich schwöre es. Was schwindet. Ich hasse dich. Was schwindet. Zeus, jetzt bist du sicher. Oh, scheiße. Als ob die heult, weil die... Oh, Gottes Willen, ey. Ich schwöre. Ich hasse die alle so. Das war so gruselig. Ich habe mich nicht rausgelassen. Wollt ihr das? Was war das denn gerade? Ich weiß gar nicht, wie ich mit der Situation gerade umgehen soll. In meiner Klasse sind doch echt nur Gestörte. Ja, vielleicht liegt es daran, dass du auf einer Sonderschule bist. Was ist denn? Das ist das geheime Leben der Bäume. Das habe ich schon mehrmals gelesen. Warum geheim? Und das heißt nur so, das ist... Haben Sie ein geheime Leben? Also nein, das ist... Ey, sie spielt das so dermaßen gut, diese... Ich weiß nicht, wie sie heißt. Ich vergesse den Namen. Ich glaube, Leila oder sowas, Alter. Die ist auf jeden Fall vollkommen in der Rolle versunken, ey. Oh, jetzt kommt wieder Jonas. Oh, nice, Digger. Ist schon eklig, ja. Ist schon eklig, ja, wenn du kackst. Ich lasse euch beide da mal alleine. Nee, 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 bleib mal hier. Wir können nicht. Also, das macht man nicht beim ersten. Wie jetzt? Nicht poppen? Nein, nein, nein. Komm doch einfach zu uns. Du kannst ja mit uns chillen jetzt. Ende Lehrer, Schulabend ist nur bei Frau Ostermann, orange, orange gut. Das ist wieder klar, dass Kevin sich da wieder rein zeigt, ne? Eklig, Alter, eklig. Ich hier einfach schlaf, Mann. Oh, witzig, ich bin so müde. Oh mein Gott. Scheiß. Guten Abend. Also, erzähl mir mal, was war das? Das andere? Was steht da? Das hier? Nein, das. Das Orchideenhaus. Ist das ein Roman? Ja, kannst du nicht vorsprechen. Nicht? Nein. Also, das ist auch super. Oh, Leute, jetzt geht's heiß her, Alter. Drechsler uns. Drechsler und er. Oh, Drechsler, hey. Was geht's? Sorry, ich, ähm. Oh, Leute, oh, weia. Ich komme einfach nicht drauf klar, was da gerade mit Zeus passiert ist. Ich würde eigentlich nach Hause, aber ich kann nicht zurück zu Stanley. Wir haben uns mega gezofft. Ja, ja, klar. Und ich weiß gar nicht. Stimmt, wo ist eigentlich Fuckboy Stanley, Alter? Was geht bei ihm eigentlich ab? Gibt's irgendwas Neues, Mann? Nicht, wohin mit mir, also. Ja, du. Ich mein, als soll es das jetzt ausgezogen? Meine, du kannst hier schlafen. Klar, ich hab schon viel sauber gemacht, aber die Rosenblätter müsstest du dann selber noch wegmachen. Aber klar, du kannst gern hier schlafen. Alter, es fahren immer mehr Leute nach Hause, Alter. Es fahren immer mehr Leute nach Hause von der Klassenfahrt. Bitte, dann machst du den jetzt hin. Das ist so geil, das ist so geil. Dank. Weißt du, ich hab gerade so viele Fragen im Kopf, die mich klagen. Ja, ja, klar. Ja, küsst euch doch. Küsst euch doch, Mann. Ich hab so fast dabei geholfen, jemanden so richtig zu belästigen. Und eigentlich bin ich ja kein schlechter Mensch, denke ich mir. Doch, bist du. Dass ich mir einfach keine eigene Meinung bilden kann und das alles, das reitet mich immer in solche Situationen und ich bin es irgendwie langsam einfach satt. Kann ich absolut nachvollziehen. Also langsam wird es Zeit, das mal irgendwie zu lernen. Ey, und ich stehe da voll hinter dir, wirklich. Du wirst es auf jeden Fall schaffen, deine eigene Meinung vor allem auch zu bilden. Danke. Klar, also ich mein, vielleicht wird es ja mal was. Wird eine Freundschaft. Ja. Bis dahin, schlaf erst mal gut, ne? Genau. Mega süß, mega süß, Alter. Danke. Oh nein. Oh nein, Leute. Jetzt geht es aber ab hier mit dem Scithering, Digga. Die beiden sind auf jeden Fall richtig nah beieinander. Prost, Mann. Ich hab uns bald Frühstück gemacht. Ich hab uns Frühstück gemacht. Kommt mit zwei trockenen Brötchen und Pott Marmelade an. Verpiss dich damit, Alter. Wir können Frühstück gehen. Ja, also ich... Gestern Abend, das war doch so schön. Ja, ich muss jetzt aber in den Gemeinschaftsraum. Komm, ich geb jetzt ne Ankündigung. Und da müsstest du jetzt bitte auch mitkommen. Alles klar. Kopf von Frau Ostermann. Schade, Mann. Ich frag halt die ganze Zeit, wird Frau Ostermann irgendwann mal ein Schüler wegmachen? Die Frage bleibt. Man weiß es nicht. Okay. Ja? Oh nein, ey. Mega traurig, Mann. Wirklich. Mann, ich hab mir so viel Mühe gegeben für dieses Frühstück. Halt's Maul, Alter. Das ist ein scheiß Marmeladenpott, den du vom Buffet geklaut hast. Und zwei gottverdammte trockene Brötchen vom Vorvortag, Alter. Was für Mühe gegeben. Junge, wenn du die Mühe machen willst, dann zieh dir gottverdammt einen Gummipimmel an und dann rein in die Eure, Alter. Was ist denn mit dir? Ich will doch einfach nur ein bisschen mehr Zeit mit Frau Ostermann verbringen. Ja, Digga. Dann guck, dass du maximal dumm sitzen bleibst. Dann kannst du die siebte oder achte Klasse immer wieder wiederholen. Dann kannst du maximal viel Zeit mit Frau Ostermann verbringen. Gern geschehen, Alter. Oder geh nachsitzen oder so. Oder stell ihr nach. Such doch einfach ihre Adresse aus dem Internet und warte vor ihre Haustür. Das ist mega nice. Gestern Abend war so schön. Oder darauf erst mal ein richtiges Brötchen hier. Guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen, Frau Ostermann. Du bist ja die Hälfte schon wieder nicht da. Ich liebe sie, Frau Ostermann, immer die komplette Kontrolle behält. Also die ist auf jeden Fall wirklich in charge in dieser ganzen Klassenfahrt. Die hat auf jeden Fall das Sagen und die ist der General. Also die Schüler tanzen ja definitiv wie auf der Nase rum. Nichtsdestotrotz, wir machen heute ein Fotoprojekt. Es geht um einen Wettbewerb und es gibt auch einen ganz, ganz tollen Preis. Es geht um das Thema Zweisamkeit und deshalb, ja, solltet ihr euch bitte in Zweierteams zusammenführen. Frau Ostermann, darf ich mit Ihnen in ein Team? Ich brauche wirklich Frau Ostermann die Maus, Alter, ehrlich. Das geht leider nicht anders als alles. Entschuldigung, dürfte ich vielleicht mit Joost, dem Jungen hier vom Hof zusammenarbeiten? Ja, ja, klar, das passt, das passt. Das ist kein Problem. Und, ähm, hast du schon eine Idee für den Wettbewerb? Nee, eigentlich nicht. Ich habe mir gedacht, wir könnten ja vielleicht so ein bisschen in Richtung... Nee, ich mache mit ihm, tut mir leid. Oh, Georg! Du weißt doch, wer sind jetzt... Mit dem kacken Nerd machst du anstatt mit mir. Was für kacken Nerd, Alter? Der hat ein 10 Mal höher in die Kurs, du Dumme. Komm mal. Komm, Schatz, komm. Ähm, Kenneth, ähm, hast du eigentlich schon... Warte, warte, wir machen. Ja. Ja, super, danke. Ja, keiner will mit mir zusammen machen. Ja, Mann, ja, Mann. Mr. Fuckboy und I don't know her name. Cheyenne, glaube ich. Ich tue mir so, als würde ich die Namen nicht kennen, aber ich kenne alle ganz genau, ich bin ein Riesenfan. Ja, los, macht halt. Ich weiß echt nicht, was momentan los ist. Alle benehmen sich absolut eigenartig. Gestern habe ich sogar Follower auf Instagram verloren. Könnte daran liegen, dass alle von diesem komischen Joost vom Hof einfach die Drogen genommen haben. Maybe, maybe. Ich weiß es ja nicht. Weil ich kein Bild gepostet habe. Ich, ich, ich check das einfach nicht. Ja. Was passiert hier? Mhm. So, liebe Cheyenne und, ähm, lieber Stanley, ihr seid ja jetzt noch übrig geblieben, ihr zwei. Und wir sollen ja zweier Teams bilden. Kannst du doch einfach die Fresse halten. Genau. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Erfolg. Oh, wow. Toll. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Gibt es irgendjemand in dieser Klasse, wo ich noch weniger Bock drauf hätte, außer... Ja, vielleicht, äh, ah ne, der Schweinejunge vom Hof, der ist ja nicht in der, in der Klasse. Keine Sorge, es geht mir genauso. Wir sind jetzt da, wo wir gerade sind. Wir machen uns das Beste daraus. Also kurz und schmerzlos. Hast du irgendeine Idee? Ähm, ja, wir könnten rausgehen vielleicht an den Brunnen, da scheint so das Licht von hinten. Ja. Wirklich? Ja. Ja? Ich glaube, es ist gut, ja. Ja, ja. Okay. Mega schön. Und ich hatte noch eine Idee, okay? Okay. Also wir machen das so, da wir nur zu zweit sind und wir von einem anderen das Bild machen müssen, mache ich von dir ein Foto und du von mir. Ist ja ultra clever, die ist ja mal mega intelligent, Mann. Die hat, die hat ja, die hat ja wirklich die Intelligente mit dem Löffel gefressen. Und die ist ja wirklich die Klügste von der ganzen Klasse, oder? Und dann würde ich das einfach zusammen photoshoppen. Und du kannst das? Ja. Hm. Wollen wir das ausprobieren? Kannst du vielleicht meinen Pille mal in deinen Mund photoshoppen? Okay, können wir machen. Okay, dann, wann treffen wir uns? Ähm, wir können eigentlich gleich loslegen. Ich möchte mich nur ein bisschen umziehen. Ja, klar. Zehn Minuten. Zwanzig. Voll süß, Mann, wirklich. Okay. Okay. Bis gleich, ja? Okay. Mega schön, Mann. Wirst du, es passt so? Mega schön. Ja, ich bin schon. Alter, er ist auf jeden Fall auf einem ganz anderen Emo-Film gelandet. Komm, ich probiere mal ohne Krawatte. Ja, mach, zieh mal einfach Oberteil aus. Ich kann nicht aus. Ja, ja, zieh Oberteil aus. Komm, zieh Hose aus jetzt. Los. Ja, ein bisschen sehen Sie sich die Dörner. Mega schön, mega schön. Mega cool, Mann. Wirklich saugeil. Ey, heftige Fotos. So? Ja, ja. Und wie sieht's aus? Saugeil, saugeil, Mann. Ich find die echt schön, die Bilder. Ich find die sogar so schön, dass ich mir die ausdrucken würde und übers Bett hängen würde und jeden Abend, wenn ich dann an meinem Glied rumspiele, an dich denken würde. So schön sind die Bilder. Ja, guck mal. Ne, ist doch cool. Siehst echt gut aus. Ich freu mich für die beiden, Mann. Ich freu mich für die beiden. Da ist auf jeden Fall, da ist auf jeden Fall schon die nächste Romanz im Anmasch. Also in der Klasse, in der Klasse, da wird aber eine Menge, Menge, da geht's aber heiß her. Komm, bereit? Okay, ich fasse mal zusammen. Ich soll bis zur Baumkrone werfen und das Handy dann wieder auffangen? Ganz genau, genau. Und dann geht's Handy kaputt und du kannst Reine Schild verklagen. Ja, genau. Okay, dann musst du aber genau in dem Moment auslösen, ja? Mhm. Oh mein Gott, oh mein Gott. Äh, ja. Äh, es ist ja, was denn das für eine Hülle? Wie kann denn das sein, dass das Handy nicht kaputt geht? Kein Kratzer. Natürlich ist es noch ganz. Das ist nämlich eine Schutzhülle von RhinoShield und die können nicht kaputt gehen. Unser Störber. Da muss ich an der Stelle jetzt noch mal ganz kurz einen kleinen Clip von Orange im Orange zeigen. RhinoShield, da kann das Handy schon mal hinfallen. No way. No fucking way. No fucking way. Ey, RhinoShield, der Beste, Alter. Ja, moin, Digga. No way. No fucking way, Alter. Achtung. Mach lang. Achtung, Kenneth, vorsichtig. Ja, wenn Kenneth jetzt mal lieber RhinoShield an den Händen gehabt hätte, dann hätte er sich auch nicht die Hände gebrochen. Bitte. Danke sehr. Aber sag mal, warum wolltest du eigentlich erst mit Frau Ostermann-Bildern? Ist nicht wichtig. Ist nicht wichtig. Ist nicht wichtig. Ich meine, Frau Ostermann ist ja unsere Lehrerin und Lehrer sind ja doof, also... Ja, ja. Frag erst mal Georg, wie doof Lehrer sind. Ja, aber bei Stanley im Wald, da habe ich nichts gefühlt. Ja. Was heißt nicht gefühlt? Also... Ja, Stanley hat halt so einen Kleinen, deshalb hat sie halt nichts gespürt. Also... Ich fand das nicht gut. Also... Du meinst, du fühlst nichts für Jungs? Aber du bist ein Mädchen, also... Ja. Wir könnten ja testen, ob du noch was für Jungs fühlst, einfach so mit einem Kuss zum Beispiel. Mit einem kurzen Fick. Also ein freundschaftlicher Fühlkuss. Ja. Okay? Ja. Okay. Oh mein Gott. Hast du eins zurück? Das ist richtig, richtig, richtig schrecklich. Nein, ich finde die Bilder ziemlich alle gut. Ich frage mich, wie wir das so gut hingekriegt haben. Wobei ich das noch ein bisschen bearbeiten würde. Ich schwöre, das ist so romantisch gerade. Ja, ich freue mich so für die. Die haben alle so eine schöne Zeit, wirklich. Ungefähr so. Mit welchem Programm machst du das? Es sieht so schnell aus und so einfach. Und ich, ich meine, ich kenne mich damit nicht aus. Aber es wirkt so, als hättest du fast Talent da drin. Okay. Mega heftig. Mega heftig. Mega heftig, Mann. Oh Leute. Okay, ähm. Oh. Da siehst du echt gut aus. Da siehst du aber echt nice aus. Aus. Ziemlich gut. Danke. Wow, ich hab gleich noch nie so ein Kompliment von dir bekommen. Mhm. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich das hier zu dir sagen werde. Ähm. Hast du was zu trinken? Ja, bestimmt. Äh, hier. Sie macht halt all ihre Bilder mit Photoshop. Babam, gegeben. Danke. Warum ist das eigentlich so leer hier drin? Ich bin jetzt alleine in diesem Zimmer. Also normalerweise hätte ich mir das mit Drechsler geteilt. Ja. Aber ich weiß nicht. Hast du bestimmt mitbekommen. Wir haben uns super gestritten. Also ich hab da auch ne Instagram Story zu gemacht. Deshalb, ähm, also... Und jetzt hab ich das Zimmer für mich alleine. Voll schön. Voll schön, Mann. Das klingt jetzt wahrscheinlich irgendwie seltsam. Vor allem, weil es von mir kommt. Aber ich find Cheyenne interessant. Anders als die anderen irgendwie. Weil... Die ist halt ne Geile und deshalb ist sie interessant. Und... Ich hoffe, sie wird das hier niemals sehen. Mhm. Aber irgendwie... Ich könnte sie fragen, ob sie heute Nacht hier bei mir schläft. Sie hat auf jeden Fall Interesse. Aber ich möchte sie erstmal richtig kennenlernen. Schwör, Leute. Diese Transformation vom Fuckboy zum super sweeten Sugar Daddy. Stanley, Alter. Du bist einfach ein Ehrenmann. Und? Mega. Ne, ne. Du hast gar nichts gefühlt. Ne, gar nichts. Ich hab mir so Mühe gegeben. Alter, wie rot sein Mull geküsst ist. Der hat sich auf jeden Fall richtig reingesteigert. Okay, dann müssen wir den Test weitermachen. Nächste Stufe. Kenneth, nein, 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 nein. Nein, nein. Alles gut. Nächste Stufe, Kenneth. Zeig deinen Löhrers jetzt, Alter. Auf geht's. Ne? Ne? Lass uns lieber noch ein paar Bilder machen. Okay. Kenneth wollte wirklich nur testen. Mehr nicht, ne. Also der wollte einfach nur testen. Okay. Wow, Drexler. Diese Fotos sind super. Boah, geil, ey. Voll schön, Mann. Wie so Paare zusammenfinden hier mittlerweile. Hat was attraktives. Ja. Voll schön. Sag mal, Drexler. Ja. Nur ne Frage jetzt, aber. Kann es sein, dass du auf dem Haus stehst? Bist du schwul? Stehst du auf Jungs? Stehst du auf Jungs? Stehst du auf Jungs? Stehst du auf Jungs? Was ich noch keinem gesagt hab. Heftig, Mann. Heftig, so. Heftig, so.